Guten Morgen! Schlüssel ist da. Ich konnte im Bus schlafen. Wir gehen jetzt mal runter. Super lustig. Guck mal wen ich getroffen habe. Nicole, bei der ich letztens erst bei ihrem ersten Hamburger Yoga-Blogger-Beat an war. Ja, das war mir auch total. Und wir sind hier mit. Sandra ist da. Hallo! Ja, bitte. Voll mit Adrenalin. Oh, ich kann Deutsch mit meiner Kamera sprechen. Das wäre besser. Bitte. Voll mit Adrenalin. Endlich eine Stunde mit Sonja. Sonja Taylor-Bach aus Köln vom Yoga-Loft. Und ich freue mich schon sehr, sehr, dass du uns alles erwartet. Ja, ich mich auch. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.